Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und weiter geht's in der Reihe von den Zuschauerbecken. Das heißt, ich werde mir jetzt mal wieder schauen, was ihr mir so für Links zu euren Becken geschickt habt. Und ich denke, da starten wir auch gleich rein. Wollen wir gar nicht hier lange rummachen. Was habe ich denn hier? Ich werde mich einfach mal klein machen. Hier habe ich schon was vorbereitet und zwar sind wir jetzt hier beim Garnelen-Aquarium von Boi. Ich nehme an, dass es nicht dafür gemacht ist, wirklich auszusprechen. Aber wir geben natürlich schon mal den Daumen hoch. Und hier steht natürlich noch einiges dazu. Das will ich euch nicht vorenthalten. Also hier steht, dass es ein Aufzuchtbecken ist. Und das hat er vor drei Monaten Red Sakura Garnelen gekauft, die anscheinend alle nur Weibchen waren, aber gut gefärbt sind. Und dann gab es über eBay Kleinanzeigen noch ein paar andere Tiere, die dann auch Männchen dabei waren, die nicht so gut gefärbt sind. Das schauen wir uns gleich mal an. Grundsätzlich ist es bei den Sakuras so, dass die Männchen immer schwächer gefärbt sind als die Weibchen. Also nicht immer. Natürlich gibt es auch mal schwach gefärbte Weibchen, wo es dann die perfekten Männchen besser gefärbt sind. Aber tendenziell sind die Weibchen eigentlich bei fast allen Neos tendenziell flächiger und kräftiger gefärbt als die Männchen. Hören wir uns gleich mal rein. Es geht um den Aufbau eines guten Stammes. Ja, also viel Erfolg dabei. Wie gesagt, gerade die Red Sakura, da kann es schon mal passieren, dass da einige bei rausfallen, die nicht so schön sind. Und da sind immer die Männchen eigentlich immer die problematischen. Von daher, ja, da direkt quasi an der Quelle angefangen, die Männchen vernünftig zu selektieren. Das ist quasi die Herausforderung. Ansonsten gibt es noch rote Posthaunschnecken. Zyklops und Polypen müssen wahrscheinlich hier so Hydra, was einfach mit dem Becken ist. Ja, tut den Garnelen jetzt im Prinzip nichts. Ein 20-Liter-Becken mit 12 Stunden LED-Beleuchtung. Dann haben wir hier noch Filterung. Ich denke, dieses Becken ist ja auch durch die Schwämme getrennt. Und dann schauen wir mal weiter. Strömung. Fläche ist geteilt. Genau, keine Oberflächenbewegung. Das ist auch nicht unbedingt nötig. Ich hatte ja schon mal einige Becken gezeigt, wo auch komplett techniklos ein Betrieb möglich ist, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt und Wasserwechsel zu einem ist aber wöchentlich überhaupt kein Problem. So, kein Bodengrund. Auch da, ja, hier alles schön mit Schwecken und Moos belegt. Das ist jetzt kein Problem. Wie gesagt, wir haben in der Zuchtanlage auch keinen Bodengrund im Wesentlichen. Ja, hier ganz unten. Peacock-Moos und Wasserpest. Gut, also das ganze große hier ist das Peacock-Moos. Hier haben wir die Wasserpest und dann gehen wir gleich mal rein. Und hier sehen wir die schön kräftig gefärbten Reds-Sakuras. Und das hier ist dann wohl die Seite rechts und jetzt bin ich hier natürlich im Weg. So, ich stehe mich mal weg. Hier haben wir also Männchen. Das hier sieht schon, ja, aus der Ferne eigentlich ganz ordentlich aus. Aber die ganzen anderen hier, ja, schwach gefärbt. Natürlich ist es so, dass die im Alter noch mal ein bisschen zulegen. Dass da also durchaus, ja, die sich noch ein bisschen stärker färben. Nach jeder Häutung sieht das wieder ein bisschen anders aus. Aber da würde ich mir natürlich dann auch von denen hier die kräftigsten und stärksten, also kräftigsten gefärbten Tiere, Männchen raussuchen und hier zu den Weibchen rüber setzen. Wir haben hier noch eine Pflanze drin. Das könnte eine Grünnilie, irgend sowas. Ja, normalerweise eh mehr als es sein, was er jetzt hier reingehängt hat. Aber es ist leider durch die Belichtung nicht so leicht zu erkennen. Trotzdem dieses Peacock-Mouse hier sieht super aus. Wir haben da auch eine ganze Menge von. Vielleicht sollte ich das auch irgendwann mal in den Shop reinnehmen, wenn sich das ausreichend vermehrt hat. Wasserpest hattet ihr ja auch schon mal, kann ich das Video hier mal verlinken, gesehen, dass ich mir da eigentlich mitgenommen habe. Das ist jetzt auch noch drinnen gewandert. Und sieht dann ganz ähnlich aus wie hier. Schön scharf bestellt. Hier sehen wir jetzt die Jungtiere. Und ihr seht, die sind alle viel heller als die großen Weibchen. Und das ist genau das, was ich sagte am Anfang. Sind die einfach heller. Je älter die werden, desto dunkler werden die auch. Gerade bei den Sakuras sehen die ältesten Tiere, gerade die Weibchen natürlich, dann wirklich dieses Painted. Die sehen wirklich am deckendsten, kräftigsten aus. Das kann man in dieser Größe noch gar nicht so richtig erkennen, wie nachher die Farbe dann in dieser Größe aussieht. Hier sieht man das. Das ist richtig von außen so, dieses angemalte, da gibt es richtig schicke Tiere meistens dabei. Es gibt ja auch einen Rückenstrich, wo das noch von oben rüber läuft. Aber die hier sind auch schön kräftig, flächig gefärbt. Ja, im Prinzip perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch das passende Männchen dafür. Das wird sich sicherlich auf der anderen Seite finden. Und deswegen an der Stelle viel Erfolg beim Zuchtaufbau. Jetzt habe ich hier irgendeinen Quatsch drin, das wollen wir gar nicht haben. Wir gehen gleich zum nächsten rüber. Und zwar haben wir da C-Smoke mit dem Hashtag 2. Und dieses Video ist 15 Sekunden lang. Also schauen wir uns direkt mal dieses Bild hier an. Hier haben wir eine transparente Garnele und ein paar rote. Das lässt sich jetzt so recht schwer erkennen. Hier scheint ein Demometer dran zu stecken. Und dann gehen wir gleich mal rein. Haukästen Bilder. Das heißt, wir haben hier, ich springe mal zurück, hier so einen Bodengrund. Das ist so ein feiner Kies wahrscheinlich, das hier mit so einer Umwandlung. So ein, ja, im Prinzip Zier-Bodengrund. Auch da wieder immer Geschmackssache, wie man das haben will. Da gibt es eigentlich für jeden was. Den gibt es in Pink, den gibt es in Blau, den gibt es in Braun, Naturfarbe. Das macht jeder, wie er will. Hier haben wir so eine Art Mooskugel, die jetzt halt nicht die Kugelform hat. Vermutlich hier auf diese Wurzel oder was das ist angepasst ist. Im Hintergrund sehen wir einige Stängelpflanzen. Also das ist zum Beispiel Stängelpflanze. Und hier haben wir solche Garnelepyramiden. Ich habe immer wieder gesagt, Zwerggarnebeln brauchen unbedingt solche Höhlen. Das stimmt definitiv nicht. Wenn wir allerdings keine Rückzugsmöglichkeiten haben, wie Moos, dichte Pflanzenbestände, Laub, irgendwie sowas, dann kann es natürlich sein, dass die sich auch an solchen Höhlen hier zurückziehen, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben, sich zu verstecken. Und auch wenn jetzt Fische irgendwie im Becken sind oder irgendwas anderes, was die Garnele stresst, dann ziehen sie sich natürlich gerne zurück. Wie gesagt, das muss jetzt nicht so eine Höhle hier sein. Das tun sie genauso gut im Moos Pflanzen, also nach meiner Erfahrung sogar eigentlich noch lieber. Schaden tut es natürlich trotzdem nicht, sowas dann im Becken zu haben. So, da sind wir nochmal rüber. Ich kann das jetzt schlecht deuten, ob das hier eine Filterung ist. Scheint mir fast so, als wäre hier so ein Luftheber drin. Und hier haben wir nochmal die Garnele. Da kann ich jetzt auch wenig zu sagen auf den Bildern. Hier haben wir die Mooskohle noch von der anderen Seite. Hier sieht man sie nochmal, eine rote Garnele mit, ich nehme an, hier Moos im Hintergrund auf einer Wurzel. Und das war es auch schon. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ich denke, wir belassen es dabei. Es ist immer wieder spannend für mich zu schauen, was ihr so für Becken habt. Gibt es auch so ein bisschen Inspiration mit diesen Garnele-Pyramiden. Habe ich jetzt länger nicht mehr in so Becken gesehen. Es ist spannend, das mal so wieder direkt zu sehen, was ihr da so habt, was so eure Ideen sind. Und auf jeden Fall allen, die jetzt hier gezeigt wurden, nochmal vielen Dank und viel Erfolg bei der weiteren Zucht. Gerade mit den Red Sakura, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.